Wir wenden uns nun der Frage zu, was das eigentlich ist, vergleichende Politikwissenschaft. Und wie der Name schon sagt, ist das konstitutive, definitorische Element die Anwendung der vergleichenden Methode. Wir sprechen hier auf Englisch von Method-Driven Research im Kontrast zu Question-Driven Research, also methodengesteuerte Wissenschaft im Vergleich zur fragenorientierten Wissenschaft. Wir verfolgen ein nomologisches Erkenntnisinteresse, was so viel bedeutet wie, dass wir auf Gesetzmäßigkeiten aus sind, also Kausalitäten. Kausalität bedeutet in diesem Zusammenhang einfach gesprochen A führt zu B, A liegt zeitlich vor B und ohne A wäre B nicht möglich gewesen. Das heißt, wir gießen die Pflanze und die Sonne scheint und die Pflanze wächst. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Erinnerung an den Begriff Dualismus. Das heißt, wir würden auch sagen, die Welt da draußen existiert unabhängig von unseren Köpfen. Und gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis bezieht sich auf diese Welt, die da draußen eben objektiv existiert. Der Ursprung der vergleichenden Politikwissenschaft bezieht sich auf Institutionenforschung. Institutionen könnte man erstmal sehr simpel definieren als regelmäßig vorkommende Handlungen, die an bestimmte Regeln gebunden sind. Das heißt, wenn ich mich sonntags mit meiner Familie zum Mittagessen treffe, jeden Sonntag um 12 Uhr und alle ziehen ein weißes Hemd an, dann wäre das schon die Institution des familiären Essens. Wir haben darüber hinausgehende Institutionen, die sprechen von Sätzen, von Prinzipien, Normen, Regeln, Entscheidungsverfahren, die Akteursverhalten steuern. Später sind in der vergleichenden Politikwissenschaft über diese Institutionenforschung hinaus politische Programme, politische Prozesse sehr stark fokussiert worden. Und es gab auch einen Wandel im Selbstverständnis des Faches, weg von dem Begriff vergleichende Regierungslehre, so wie es häufig noch an deutschen Universitäten heißt, hin zum amerikanischen Begriff comparative politics, vergleichende Politikwissenschaft, die sehr stark von der Etablierung der Statistik zunächst in den Vereinigten Staaten, aber dann auch in Europa beeinflusst wurde. Die Geschichte in den USA dieses Faches, Comparative Politics, ist viel länger als in Europa. Die APSA, die American Political Science Association, hat sich bereits 1903 gegründet. Die ECPR, European Consortium for Political Research, hat sich erst Anfang der 70er Jahre gegründet. Die International Political Science Association im Jahre 1949. In Deutschland ist die vergleichende Regierungslehre bzw. vergleichende Politikwissenschaft eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich in Gang gekommen. Gestützt auf einen klassischen Politikbegriff. Der systematische Vergleich steht hier zunehmend im Vordergrund nach bestimmten Kriterien. Wir nennen das Terzium Comparationis. Anwendungsbereiche sind eben Ländervergleiche. Es gibt hier mein altes Institut, das GIGA in Hamburg, German Institute of Global and Area Studies, was diesen Ländervergleich sehr systematisch betreibt. Aber auch subnationale Gegenstände wie Länder, Kommunen, die verglichen werden, Regionen. Man vergleicht Synchron und Diachron. Synchron bedeutet, dass man zur gleichen Zeit möglicherweise das politische System Argentiniens mit dem vergleicht in Kuba und der Bundesrepublik Deutschland. Oder eben Diachron zu bestimmten Zeitpunkten T1, T2, T3, T4. Man betreibt Klassifikation, Typologien, also Einleitung, Einteilung in Typen, Unterteilung in verschiedene Gegenstandsbereiche, die wir Polity, Politics und Policy nennen und auf die ich noch eingehen werde.